Hallo zusammen, ich bin der Jannik, ich bin 17 Jahre alt und arbeite im Porsche Zentrum Basel als Automobil Mechatronico. Kommt doch mit, ich zeige euch meinen Alltag. Zu den Tätigkeiten als Automobil Mechatronico wie Porsche gehören Wartungen an verschiedenen Fahrzeugen, Diagnosearbeiten, Fahrwerkseinstellungen, mechanische Arbeiten an Motor und Getrieben und Beurteilen von Verschleißteilen. Das Spezielle an unserem Betrieb ist auf jeden Fall, dass wir ein super tolles Team sind. Wir sind alle motiviert, wir haben eine super tolle Werkstatt, es ist immer gut aufgeräumt. Dann natürlich die Marke Porsche. Mir persönlich gefällt es sehr gut zum Arbeiten. Ich bin auch immer motiviert, wenn man den ganzen Tag an so speziellen und super tollen Fahrzeug arbeiten kann. In diesem Arbeitsklima, in dieser Werkstatt, das ist einfach super. Für den Beruf sollte man auf jeden Fall ein grosses Interesse an Technik und Elektronik mitbringen, ein gutes Auffassungsvermögen haben, Freude am Arbeiten im Team und man sollte belastbar und flexibel sein. Also, jetzt war es wie ein Einblick im Alltag. Und wenn ich diese Interessen geweckt habe, dann bewirbe ich noch heute. Ja, das ist natürlich das gefällt. Das ist wirklich ein bisschen. Das ist wirklich ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020